Zum sechzehnten Mal dabei in diesem Haus, bekommt er jetzt einen präftigen Applaus. Scheren! Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Meer. Lieber Null, was machst du mit deiner Zeit so nebenher? Da brauch ich nicht so verstecken, ich kenn dich da wieder. Was machst du mit deiner Rentnerzeit? Drum komm doch zu uns und helf im Verein. Niemals, breit, 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 breit. Ist aber, akzeptiert. Ich brauchst deine Lüge, der noch ein bisschen schneller war. Und dann weiter so. Wie mir einmal war, dann gab es noch keine. Wir hatten nur so ein Buch, da stimmt. Ich schmig. Ich bin schon ein bisschen länger drin. Ja, da kann ich schon alles in die Arschlafen und in jedem... Jetzt kommen wir hier schon im Männerfunkverein. Seit vier Jahren im Umlauf und noch immer im Umlauf, auch im Männerballen, ist da immer noch Kunst drauf. Drum mache ich dir jetzt eine kleine Ansage und stelle dir heute zum zehnten Mal die kleine Frage. Wollte mal diese Frage. Äh, da soll ich schon mal anfangen, ja? Hallo! Seit vier Jahren Rentner und noch immer im Umlauf, auch im Männerballen, ist da immer noch Kunst drauf. Drum mache ich dir jetzt eine kleine Ansage und stelle dir heute zum zehnten Mal dieselbe Frage. Bist du bereit, unser nächster Sonnenkönig zu sein? Und sag endlich mal, ja, und nicht immer nur nein, wie beim Heiligen. Herr Bischof, der Mann am Aura, noch nicht. So, boah. Ach, Jörg ist das entweder, gell, die Mann, alt wie ihr. Boah, das ist schon eine Fässerung, eine Steigerung. Er hat jetzt schon viel leicht gesagt. Ah, 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 ah. Sie geht immer noch auf Aussicht. Ja, das soll.